Was? Meine Oma hat einen coolen Stoff mit einer Lampe vorne. Ah, genau, genau, genau. Hast du jetzt? Nein. Warte, warte, mach 10. Jetzt mach doch mal. Live-Reportage aus der 10-H. Na, Lennart, alles klar? Romina, Ella, Armrecht, Fickig, das ist M-Saal, Ella, wir haben noch Isabel, Romnick, ich nehm die Brille von mir. Papa, Helene, Tami, Meier, ne, wie heißt du? Svenja. Svenja? Hörst du auf zu blubbern? Da ist die alte, bekloppte Gisela. Wen haben wir denn hier noch so schönes? Da ist der Hermstein, wo? Da ist Tobis Feldberg. Hallo, schöne Frau. Das ist ja kaputt, der Scheiß-Stil. Das hat doch wieder eine Fehl-Ware.